Liebe Antifaschistinnen und Antifaschistinnen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, ich bedanke mich für die Einladung, dass ich hier heute zu euch, zu ihnen sprechen darf. Heute vor 71 Jahren, am 8. Mai 1945, wurde an diesem Ort die Kapitulation Nazi-Deutschlands ratifiziert. Damit endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Dieser Krieg war ein Eroberungskrieg und ein Vernichtungskrieg. Noch nie zuvor wurden in einem Krieg so viele Menschen getötet und so gewaltige Zerstörung angerichtet. Mehr als 6 Millionen Juden und 27 Millionen Sowjetbürger fielen dem Vernichtungsverzug der Nazis zum Opfer. Obwohl wir hier also vor einem Panzer stehen, ist dieser Ort ein Ort des Friedens. Hier endete das zwölf Jahre währende tausendjährige Reich der Nazis. Hier wurde die Welt vom mörderischen NS-Regime befreit. Für mich hat der Tag der Befreiung auch eine ganz besondere Bedeutung. Ich bin zwar nicht hier in Deutschland geboren, musste aber zusammen mit meiner Familie 1980 vor dem faschistischen Militärregime aus der Türkei flüchten. Mein Vater war ein sozialistischer Gewerkschaftler und bekennender Kurde. Sein Name stand auf der Todesliste der faschistischen Militärjunta. Kenan Evren, der türkische General und Putschistenführer von damals, hatte selbst Hitler zum Vorbild. Immer wieder sagte er, was Hitler mit den Juden machte, das mache ich mit euch. Damit meinte er uns Kurden. Aufgrund unserer kurdischen Herkunft und aufgrund der sozialistischen Überzeugung meines Vaters und meiner Mutter sollte unsere Familie ausgelöscht werden. Uns gelang aber die Flucht. Viele meiner Verwandten leben heute leider nicht mehr. Ein großer Teil meiner Kindheit war von Bombenanschlägen der türkischen Faschisten, Attentatsversuchen und der permanenten Bedrohung unserer Leben gepflegt. Es ist ein Teil meiner Geschichte, den ich nur selten erzähle. Ich trage diese Geschichte in mir, tief in mir. Sie prägte mich und seither ist mit mir der Kampf gegen Rassismus und Faschismus eine ganz besondere Verpflichtung. Meine Familie flüchtete erst in die DDR und dann nach West-Berlin. Wir fanden in Deutschland ein sicheres Hause, trotz des latenten Alltagsrassismus, den wir als Flüchtlinge immer wieder erfuhren. Wir lebten in Berlin dann tatsächlich in Frieden und ohne Angst vor Gewalt. Denn Deutschland war nicht mehr das Nazi-Deutschland. In diesem Sinne danke ich aus tiefstem Inneren den Alliierten und ganz besonders der Roten Armee für diese Befreiung. Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, der Tag der Befreiung ist immer noch kein bundesweiter Gedenktag, obwohl dies mehr als überfällig ist. In der DDR wurde der 8. Mai seit 1950 auf Beschluss der Volkskammer als Tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus begangen. 1975 wurde der Tag nach sowjetischem Vorbild zum Arbeitsfreien Freiertag erklärt. In der BRD jedoch war der 8. Mai kein Feiertag. Erst 40 Jahre nach Kriegsende wagte ein bundesdeutscher Präsident von einer Befreiung zu sprechen. Richard von Weizsäcker bezeichnete vor dem Deutschen Bundestag den 8. Mai als Tag der Befreiung vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Seit dieser Zeit wurde in der BRD verstärkt über die Bedeutung des 8. Mai diskutiert. Steht er für die totale militärische Niederlage Deutschlands oder für seine Befreiung vom Nationalsozialismus? Noch zum 60. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus wurde lediglich an die Kapitulation und das Kriegsende erinnert. Medial wurde die Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie als Befreiung gefeiert. Die innere Befreiung zog sich bereits durch Stauffenberg und seine Verschwörer des 20. Juli. In der BRD war unvorstellbar, dass der neue Feind im Kalten Krieg die Sowjetunion eins der Befreier Deutschlands war. Das ist Geschichtsreventionismus pur. Der in der DDR begangene Tag der Befreiung wurde mit der Wende abgeschafft. Statt an die Opfer des Faschismus zu erinnern, wurde nun der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Mehr und mehr waren das die Opfer der sogenannten kommunistischen Gewaltherrscher. Der Antikommunismus der alten BRD wurde mit der sogenannten Wiedervereinigung nun auf die neuen Bundesländer übertragen. Seit 2005 verkam der 8. Mai zunehmend zu einem Volkstrauertag für die deutsche Kriegsopfer. Politiker aus der Mitte der Gesellschaft stilisierten die Deutschen zu den eigentlichen Opfern des Krieges, ganz in geistiger Nähe zur Argumentation der NPD. Es wurde vermehrt von den deutschen Bombenopfern, den Opfern der Vertreibung oder gar von den Opfern deutschen Frauen als Opfer sexueller Gewalt gesprochen. Ausgeblendet wird dabei immer wieder, dass die Nazi-Führung den Krieg begonnen hat und all dies folgendes Eroberungs- und Vernichtungskrieg der Nazis war. Ursache und Bewirkung werden verkehrt. Die Täter werden in dieser Selbstinszenierung zu Opfer. All das soll die zweifelhafte nationale Ehre Deutschlands wiederherstellen. Auf Initiative der Linken ist seit 2002 der 8. Mai in Mecklenburg-Vorpommern und seit 2015 in Brandenburg offizieller Gedenktag. Thüringen wird dem folgen. In Berlin jedoch der Stadt zur Kapitulation ist der 8. Mai immer noch kein gesetzlicher Feiertag. Und das müssen wir ändern. Ja, der 8. Mai muss ein Tag sein, an dem wir nicht nur die Befreiung von Gewalt und Terror feiern, sondern er muss auch ein Aktionstag gegen Faschismus, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und allgemein gegen gerechte Gewalt sein. Der Tag soll uns angesichts der NSU-Terrormorde, des Erstarkens der AfD und anderer Rechtspopulisten in Europa Verpflichtung sein. Antifaschistisches Engagement kennt kein Ende. Antifaschismus muss als Querschnittsaufgabe der Gesellschaft verstanden werden. Er ist eine lebenslange gesellschaftliche Pflichtaufgabe. So wie die NPD heute um 16 Uhr hier aufmarschieren will, müssen wir uns ihr entgegenstellen. Und übrigens, die NPD gehört endlich verboten. Die AfD, so wie die AfD gegen Flüchtlingsheime mobil macht, so müssen wir lautstark unsere Sympathie mit den Geflüchteten artikulieren und zeigen, dass diese Partei mitnichten eine Alternative darstellt. Faschismus hat heute sein Gesicht geändert und ist oft für viele Menschen so nicht erkennbar. Dagegen müssen wir mit deutlichen Worten und einer starken antifaschistischen Haltung auftreten. Denn schon Theodor Adorno sagte, ich fürchte mich nicht vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten. Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, die Rote Armee und ihre Verbündeten haben nicht nur unzählige Häftlinge in Konzentrationslagern, sondern Europa und die Welt vom Faschismus, aber nicht zuletzt auch die Deutschen selbst von einem beispiellosen Terrorregime befreit. Dafür gelten ihnen unser Dank und unser Respekt. Und dies ist uns heute Verpflichtung und Mahnung für eine Welt ohne Krieg und ohne Faschismus. Dafür kämpfen wir. Vielen Dank.